Etwas, was weh tut, ist die Frage dann. Ganz doll. Ganz doll. Ja. Okay. Pflanze? Nee, Dinge, die man jeden Tag macht. So, ich mach das mal so. Merkategorien? Oh, da gibt's sogar noch viel, viel mehr. Es wird natürlich jetzt in Dauerschleife laufen, die Musik. Ja, das ist nicht schlimm. Ähm. Wenn ich so einen Computer spiele, beruf ich... Das ist jetzt so ein. Ich such grad noch ein paar raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... Es gibt einfach zehn Seiten. Vagina-Synonyme. Ort, wo Sex nicht so gut ist. Unnötige Superkraft würde ich auch gern machen. Minimum ausgewählter Kategorie ist drei. Wir haben zu viel, wir haben schon zu viel. Was? Du kannst mal schnell schauen, wo mir der Mauszeiger angezeigt wird, aber irgendwie zeigt es dir bei mir nicht an. Das kannst du jetzt nicht mehr einstellen. Scheiße. Äh. Komm. Auf geht's. Ich hab Todesursache und Todesursachen. Unnötige Superkraft würde ich gern noch. Das muss ich schnell mal da... Anderes Wort für Kacken. Das geht wieder nicht. Nein. Nicht? Nein. Nein. YouTuber machen wir mal raus. Doch, anderes Wort für Kacken. Okay, neues Spiel gründen. Das reicht, bevor wir hier ewig durchgucken. Spieleranzahl zwei. Anzahl der Runden zehn. Stopp drücken und eingeladene Freunde. Okay, du kriegst von mir den Link. Ja. Kopieren. Ich warte. Ich schicke ihn hier in Twitch live. Was? Einfügen und senden. Ich hab ihn dir in Twitch live gesendet. Ah, ich seh ihn an. Moment. Dann kann ich da wieder rausgehen. Bin grad. Ach da. Okay. So. Wer bei ihr schauen will, hier ist der Kanal. Jetzt ernsthaft? Ja. Den brauch ich auch. Ja, den Spiel beitreten. Das Spiel beginnt, ähm... Ach verdammt, das geht bei mir jetzt ja gar nicht. Muss ich doch mal das Fenster zuordnen? Ich warte, weil bis du soweit bist und dann start mal auf hier. Okay, ja. Musst du, voraussichtlich. Ich warte einfach mal auf dich, okay? Weil ich ein netter Freund bin. Ich bin ganz lieb. Eingesaften. Ich hab ja Zeit. Aber ich hab ja nur eins aufgenommen. Meine Maus sieht man aber auch nicht. Warte mal, Fensteraufnahme. Mein Mauszeiger aufnehmen, hast du mir angekreuzt. Mauszeiger aufnehmen hab ich aber auch. Ha, jetzt ist es weg. Schön. Du feist dich. Jetzt zeigt es den Chat an. Alter. Ja, das ist ein bisschen verbuggt, glaub ich, die Aufnahme. Wenn nicht eine Monitoraufnahme, kannst du auch noch machen. Ey, das ärgert mich grad. Bei mir geht es auch nicht gescheit. Ich kann nicht mal auch schon richtig leben, weil ich kriege das immer weg. Kannst du wegziehen? Jetzt geht es wieder. Ich kann es nicht mal ziehen? Doch, kannst du. Muss ich jetzt wieder zu dir rüber und die Zähne einrichten. Muss ich? Muss ich? Nein, ich kriege das schon eh hin. Du musst von unten erstmal wegziehen, dann kannst du es runterziehen, das ganze Ding. Inneres Fenster aufnehmen. Danke. Bitte. Jetzt wird. Ist es soweit? Nein, noch nicht. Klein. Aber da ist jetzt voll die Werbung drin, oder? Ja, ist egal. World of Warcraft Werbung. Biet keiner. So, ich warte immer noch auf bei dir, ob es im Stream sich mal umschält. Und dann starten wir auf. Moment. Jetzt warte. Bist du so weit? Warte, Watzel. Was? Watzel ist bei dir. Hey, Watzel. Ich bin jetzt soweit, Watzel. Du bist soweit. Warte, ich habe... Ah, fuck. Ich habe bei dir momentan noch ein Black Screen. Jetzt habe ich es. Können wir anfangen. Gleich. Ich habe das doch gerade ausgewählt. Warum magst du das jetzt nicht? Kann ich... Ich sehe das als Notbar, wenn ich dich töte. Das ist das Falsche. Ich sehe gerade Twitch. Ja, weil ich gerade was geändert habe. Okay. Ich habe schon reagiert gehabt. Jetzt. Okay. Okay. Ich warte mal, bis ich das bei dir sehe. Okay, Schatz? Ich bin drin. Du kannst ruhig. Nee, nee. Warte mal. Ja, du bist drin. Aber ich sehe es bei dir nicht im Screen. Ich habe bei dir im Stream nur ein Black Screen. Ja, weil ich es gerade ausgeschleudert habe. So, ja. Dann können wir anfangen, oder? Ja. Was da in dem... Also auf drei. Okay. Mama, ist es jetzt nach einer Zeit? Nein, ohne Zeit. Wenn einer stoppt, drückt. Okay. Aber ich lasse dich auch schon ausschreiben. Also wir lassen uns ausschreiben. Also du darfst mir jetzt nicht zuschauen. Also es ist ja... Ja, okay. Dann mache ich zu. Ja, ich werde schon nicht das gleiche haben von dir. Hä? Hä? Ja, nee. Ja, nee. Na komm jetzt los hier. So. Was meine Mutter sagt ja immer mit M? Oh Gott. Ich werde so verkacken. Dann fangen wir schon an. Ja? Los. Mit M. Vorne. Unscher. Okay. Du dix ist okay. Okay. Alter, wenn es du... Nee, äh, Gott. Okay, lassen wir rein. Ähm. Zu callen, genau. Statt am Fluss spielen mal, Watze. Statt am Fluss, ja. Dann werde ich jetzt sowas von verkacken. Äh. Fuck. Ähm. Verdammt. Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Ich muss mal kurz meine, äh... Muss es wahr sein oder kann man auch was Lustiges schreiben? Das wirst du gleich sehen, was ich... Verdammt. Ah, fuck. Ich hab grad einmal falsch geklickt. Warte mal kurz. Hopp. Damit es nicht so schlimm geflackert, weil da draußen noch Licht ist. Äh. Äh. Dinge, die man jeden Tag macht, Mann. Als Porn-Titel wäre mir jetzt schon drei eingefallen. Dinge, die man jeden Tag macht. Äh. Äh. Ähm. Eine unnötige Superkraft. Ich hab eins nicht. Mann. Drei Sachen noch nicht. Und weil eine hat gar nicht... Was? Du hast eins nicht? Ich bin noch nicht mal bei... Ich bin grad... Alter. Äh. Und ich wollt's jetzt spielen. Und du sagst... Äh. Ja, ich... Du wolltest nicht spielen, weil ich nicht kenne. Wieso kann man mir nur alle 50 Sekunden in den Chat schreiben? Äh. Keine Ahnung. Weil du's vielleicht voraussichtlich so eingestellt hast bei deinem Nightbot. Ich hab auch nichts vom Nightbot gemacht. Ich hab bloß die Seite mal eingespeichert. Dann hast du den Slow. Dann hast du den Slow. Hast du mit Connect Twitch gemacht? Was? Alter. Ein anderes Wort für Kacken mit M. Ich hoffe noch, ich schaff alles richtig. Ey, doch nicht auf Stop drücken. Wir haben doch gesagt, wir drücken nicht auf Stop. Oh, sorry. Du doofe Nuss, du. Sorry, stopp mir leid. Also, meine Mutter sagte früher immer... Mein Sohn knapp... Äh. Mein Sohnemann knapper nicht an fremden Kindern. Die sind nicht zum Essen. Mach deine Hausaufgaben zu Ende. Jetzt. Todesursache. Liest du vor? Achso. Äh. Was? Alter, ich kann nicht mal lesen. Masturbationsvirus. Ja, genau. Wenn man so viel masturbiert, bis er abbricht. Mal wieder zu viel inhaliert. Stinkende Sachen. Männerhintern. Margarte Socken. Margareta's. Margareta's. Dinge, die man jeden Tag macht. Mäuse befummeln. Damit meine ich aber die Computermäuse. Mein Handy kontrollieren. Okay. Mordwaffe. Hab ich die Mordwaffe. Mordwaffe. Mörderisches Schwert. Mörderisches Schwert. Boah. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Männerstripclub. Mimis Tinky Winkie Wein. Mimis Tinky Winkie Wein. Tinky Winkie Wein. Kenn ich gar nicht. Die gibt's voll echt, gell. Gründe um die Polizei zu callen. Meine Katze hat den Nachbarn erschossen. Mein Nachbar schaut mich an. Okay. Was jeder mit in Urlaub nimmt. Du doofe Nuss. Hat die einfach auf Stop gedrückt. Mein Tagebuch. Wenn du es so spielen willst. Okay. Mein Tagebuch. Doch. Ne. Selber schuld. Etwas was ganz weh tut. Doll. Mein Bein über den Kopf. Ja. Wenn du so ein Bein versuchst. So über den Kopf zu tun. Das hab ich kein Problem mit. Das krieg ich problemlos hin. Äh. Ort wo Sex nicht gut ist. Männerumkleide. Münchner. Münchner Bahnhofstag. Es gibt keine Männerumkleide. Doch. Natürlich gibt's Männerumkleide. Im Männergeschäft vielleicht. In der Arbeit auch. Muss ja auch Weibchen und Männchen getrennt sein. Echt? Ja natürlich. Und nötige Superkraft. Masturbator Mann. Mein Nachbar vom weiten Hallo sagen ohne ihn anzuschauen. Anderes Wort für Kackenhaar ist mir Mähdrescher eingefallen. Wenn das mal wieder so staubig ist. Magen entleeren. Okay. Ergebnisse bestätigen. Nächste Runde. Ich weiß, was ich mir jetzt so glücklich vorstelle. Wenn jetzt draußen einer fährt und die Dreschen wieder sagst. Na, ich war am Klo. Was hast du jetzt gesagt, nicht überreden zu können? Uh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Dinge, die man jeden Tag macht. Mordwürfen, verdammt. Oh Gott. Ja, ich häng jetzt auch grad. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Mir fällt von nix ein. Mehr Ahnung. Jetzt nehme ich nicht aus dem Chat. Chat spoilert mich gerade, aber das wird sogar passen. Oh Gott, um 10. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Ich hab's einfach so richtig mitdenkt. Ich muss einfach echt Fantasie haben. Hema? Ähm. Äh. 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 Anderes Wort für Kacken fällt mir gerade nicht ein. Alter, anderes Wort für Kacken. Oh Gott. So, soll ich jetzt auch auf Hör auf drücken? Hör auf. Meine Mutter sagte immer, und du bist mein Sohn? Todesursache. Unter dem falschen Tisch zu hören, Mafia. Unerzogene gehören einen Kopfschuss geben. Kopfnuss. Eine Kopfnuss geben. Du darfst kleine Kinder nicht abfassen als Mann. Als Frau aber auch nicht. Wieso? Als Frau ist es nicht so schlimm, als wie ein Mann, wenn du kleine Kinder abfasst. Okay, stimmt auch wieder. Ungewaschenes Vaginalherpes. Ungewaschene Unterwäsche. Dinge, die man jeden Tag macht. Und sagen. Untenrum sauber machen. Kommt immer drauf an. Es kommt nicht von mir. Kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an, wer es ist. Bei manchen brauchst du dann wirklich schon die Stahlbürste. Mordwaffe. Uralter Samurai-Schwert. Unsere gemeinsame Haustür. Okay, das will. Wenn einer durchgehen will, macht es Klonk. Und da stirbt man. Nicht unbedingt. Aber wenn dann die Treppe da in der Nähe ist. Und die Treppe runterfällt. Das sollst du mir bitte mal vorführen. Weil dann hab ich die Tür bald bewegen. Ja. Aber bei mir bricht die Tür durch. Ja, bei dir vielleicht. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Untenrum rasiert. Lest du dein selbst vor. Okay. Umzingelung von hübschen Männern beziehungsweise Frauen. Kommt immer von welcher Seite. Ja, das wäre wirklich wunderschön. Kann ich mitzocken? Nein, Watzel. Wir können dann nochmal eins aufmachen. Dann kannst du mitzocken. Dann flüstere ich dir das aber. Watzel, was geht's? Ob er mitzocken kann. Gründe. Dann musst du auf einmal mit den NTS. Gründe, um die Polizei zu callen. Unterirdisch schlechte Noten, weil der Lehrer einen nicht mag. Moment, ich bin gerade dazu weit gewesen. Was? Ach so. Unterirdisch schlechte Noten, weil der Lehrer einen nicht mag. Ja, unser Auto will nicht mehr. Deswegen rufst du die Polizei an? Ja, weil es nicht mehr will. Springt nicht mehr an. Ja, aber... Das nicht mehr... Rufst die Polizei an und beschwerst dich, dass du es immer will. Das packt dich halt nicht mehr. Okay. Was jeder im Urlaub mitnimmt. Unterwäsche. Wobei, lieber keine. Zwingt das Smiley. Ungeöffnete Bierdosen. Etwas, was weh tut. Doll. Unten einen Tritt bekommen. Wir Männer verstehen das. Unsere Katze gegen dich schmeißen? Jetzt ist es wieder unsere Katze. Jetzt ist es wieder unsere Katze. Sonst ist es immer meine Katze. Ja, wenn es was anschließt, ist es meine Katze. Wenn mich jetzt was anstellt, ist es meine Katze. Ja. Und wenn sie brav ist, ist es unsere Katze. Ja. Ja, das ist Frauenlogik. Immer. Ort, wo Sex nicht so gut ist. Urnenmuseum. Da hat mich Seppi draufgebracht, vorne mit Urne entwendet. U-Bahn. Warum in der U-Bahn? Sex ist doch in der U-Bahn. Bestimmt okay. Okay. Nee, das gab es schon mal. Was? Ja, das standst du schon mal beim Bild. Das war nicht so angebracht. Also warum denn? Also ich würde mich freuen, wenn ein Pärchen neben mir vögelt. Ich nicht. Ich würde fragen, ob ich mitmachen kann. Ich würde kotzen. Unnötige Superkraft. Uralte Leute waschen. Boah. Unter der Erdschichtprüfung ist doch ah geil. Ja. Braucht man nicht. Anderes Wort für Kacken. Urinstinkte ausleben. Du hast nichts. Oh Gott. Ergebnisse bestätigen. Wir machen erst mal 10 Runden Watze. So. Mal schauen, wie lange das so dauert. Ich meine, ich muss doch schon was trinken. Mit R. Das ist einfacher, glaube ich. Denkst aber auch nur du. Oh Gott. Oh Gott. Rechtschreibung ist übrigens scheißegal. Nein. Watze. Nein. Da kann ich das nicht mehr verwenden. Das wusste ich schon. Mann. Nicht spoilern. Das habe ich mir auch gedacht. Watze. Aber wir denken gleich. Ein stinkende Sache. Das stimmt sogar wirklich. Verdammt. Wie fällt das Wort nicht ein? Oh. Es hat Spoilert noch einer. Mordwaffe Rasenmäher. Mordwaffe Radiergummi. Mann. Ich muss. Ich darf nicht auf den Chat achten. 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 Mordwaffe mit R. 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 Hey, Drag. Mordwaffe mit R. Nee. Ich mache die Augen zu, weil dann kann ich nicht den Chat sehen. Zu spät. Sorry. Mist. Die Folge gibt es übrigens auch auf YouTube, weil Nightbot gerade gemacht hat. Zeit ist knapp. Super schweinle Deutsch. Tut mir leid, aber das ist jetzt ein Insider. Die Mordwaffe. Ach, das ist eine Mordwaffe. Scheiße. Aber guck mal, das kann ich hier unten. Das kann ich. Todesursache. Ach, scheiße. Wir haben die Todesursache gar nicht. Wollte ich schreiben, Rainer, den Strike-Clown. Oh, nee. Wäre keine Todesursache? Natürlich wäre das eine Todesursache. Nein, weil er es ansuchen würde, wie die Polizei. Echt? Das, ja. Dann Rainer, das Strike kaputt fahren. Ja. Scheiße, wir haben keine Todesursache. Okay. Ich habe es sehr gut. alles ist leise okay bei dir ist es ab und zu mal laut aber ist okay was ist laut passt schon passt schon wenn der ventilator sich dreht höre ich den wind aber das ist nicht so tragisch ich erlebe sonst diese dieses zimmer nicht unglütige superkraft ich weiss nicht wie er das schreibt ich weiss nicht wie er das schreibt es ist jetzt wirst mordwaffe urlaub und etwas weh tun tut fällt mir echt schwer das ist einfach erne okay also jetzt habe ich auch mal was weh tut aber kann nicht mehr schreiben machen es doch ganz einfach was nimmt man mit mit er in urlaub und stopp stört mich nicht so meine mutter sagt was immer red nicht so viel schmarrn räum dein zimmer endlich auf todesursache ritter ärger mit einem groß mit einem aggressionsproblem radikosäure menschen die eine allergie haben stinkende sache rentiere und die stinken wirklich bestialisch die stinken ja das stimmt auch dinge die man jeden tag macht reines ich machen was heißt das ach so äh mordwaffe revolver ganz klasse radiergummi schlucken radiergummi so ähm das perfekte weihnachtsgeschenk es ist ja schon schlimm wenn du so dein zimmergummifusseln irgendwie einatmen das ist ja schon schlimm wird das steckt sich schon vor ja ähm reichen mann oder frau geschenkt bekommen reiner sachen fürs strike schenken ja gründe um die polizei zu callen rechte menschen die einen baum verprügeln ja rückspiegel vom fahrrad der polizei schenken wollen pass mal mit in den urlaub nimmt reifen zum wechseln vom auto eine rasierer eine rasierer ach du ja das kann darauf kann ich schon wieder nicht kommen so äh was etwas echt weh tut rechten armen stoßen ist der rechten arm ja weil ich was mit r gebraucht habe kennst du den rechten und linken arm ne ne ja trotzdem rechten arm tut trotzdem weh wenn du dir anstoßt nein doch tut der rechte wohl nicht weh der linke aber auch reines glas einem drüber gezogen was ist reines glas glückliches glas aha und grünes glas tut nicht weh was egal sex wo äh orte wo sex nicht so gut sind rechtsextremistischer treffpunkt nur rein am steg warum ist da der sex nicht so gut wo der auch schon gekriegpumpel ist ist nicht gut ist doch egal dann mit teuer okay äh unnötige superraft riechen an blumen randelliner das randellieren verweigern und stopp rufen prepot bei dem jawohl porque komm weiter geht's gab es den hammer noch Weiß ich nicht. Buchstaben mit N. Okay. Oh, N. Da könnte ich richtig gemein sein zu dir. Oh, Gott. Ja, es geht mir auch gerade. Okay. Boah, Mordwaffe. Oh, Gott. Mit N. Bin kurz kacken. Okay, warte. Mit N. Nee. Ähm. Ähm. mein gott schweres wort scheiße weiter ort wo sex nicht so gut ist unnötige superkraft boi ei 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 Ach, Weihnachtsgeschenk finden wir auch noch Fünf Vier Drei Okay, du bist selber schuld, hör auf Jetzt bist du selber schuld Meine Mutter sagte, nein, das bekommst du nicht Nimm nicht so viel Geld mit Todesursache Natti, das Essen wegnehmen Natti, das Essen kann Stinkende Sache, nicht gewaschene Socken Ja, lies vor Nuller Auflauf von Monaten Dinge, die man jeden Tag macht Natti ärgern Alter, ja Boah, nur die Probe schauen Mordwaffe, Nagellack in den Hals Nagellack, neues Auto würde ich fahren Perfekte Weihnachtsgeschenke Natti Stripped Daran bist du jetzt du schuld, weil du runtergezählt hast Hallo Nein Nagellack mit C-Teile Mit der Haare, geil Gründe, um die Polizei zu callen Nachbar verbrennt seine Socken Von oben, die nicht gewaschenen Neu Adresse verkünden Mordwaffe, Nudelholz mit dem Damit der Mann spürt im Urlaub Damit er die anderen Frauen hinter Nicht anschaut Der Nagelscheid und Nagelreparatur Das braucht vor allem ich Was, du? Ja, natürlich Achso Etwas, was ganz doll weh tut Nüsse knacken Die zwei bestimmten Oh Ja Ich hab mal geschrieben Neue nicht eingelaufen Schuhe Tun danach so extrem weh Das hab ich schon gemerkt Mehrmals Orte, wo Sex nicht so gut ist Neben der eigenen Frau Nachts auf der Straßenkreuz Unnötige Superkraft Nörgeln Neben einem selber stehen Anderes Wort für Kacken Naturfreien auflassen Ein und Was hab ich schon Neu eingenommenes Essen ausschalten Wow Also ich find immer noch Nüsse knacken ganz gut Und Nattich strip das Weihnachtsgeschenk Nein Doch So, wir machen weiter Doch, find ich super Na Meine Mutter sagte früher immer P Ähm Ah Gott Mit P ist das schwer Oh Gott Vor allem Musst du überlegen Dass mit Weichenbüter Haben P geschrieben Wird Ja Probellern Wird schon mit P geschrieben Ja Oh verdammt P Mein Musik ist gerade ausgegangen Ähm Okay Okay Boah Ah verdammt Ist wieder falsch geschrieben Ah verdammt Ich kann es entschreiben Ich glaub so Oh Okay Okay Ich will spielen Stadtlandfluss Nur ein wenig anders Oh Gott Oh Gott Ah Todesursache Dinge die man jeden Tag tut So Todes Erzähl mir nur noch die Todesursache Red mal nicht so viel bitte Ich verkack hier Ich darf nicht so viel reden Ähm Doch P Haben wir P Mir fehlt noch die Todesursache Scheiße Ich weiß nicht wie man das schreibt Gibt es hier Vielleicht einen Vorschlag Wie man das schreibt Klassibel Ah Gut dass man Google hat So weiß ich wie jetzt Es geschrieben wird Ha Was haben wir denn noch Das da fehlt noch Oh Lana Ich kann heute nicht so laut reden Weil wenn ich Dann fehlt Kriegt sie Hm Ne passt schon Ich bin fertig Ja Ja dann mach Okay Meine Mutter sagte immer früher Paul Nein warte Mein Sohn heißt nicht Paul Plauder nicht so viel Mach mal was Ja Todesursache Paul 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 Ja im Paul Paul Aber das im konnte ich ja nicht machen Paulina Paulina in den Schacht stecken Stinkende Sache Paul der in die Gildegrube gefallen ist Pauls Inneres Uh Dinge die man jeden Tag macht Pinkeln Panzer fahren Als alte Autos Mordwaffe Persönliche Handtasche Damit meine ich deine Hallo Wenn er keine Handtasche Dann geht Beutel Pfanne aus Gusseisen Ja Das perfekte Weihnachtsgeschenk Perverse Nachrichten Braninen Braninen Ach scheiße Darauf Okay Gründe um die Polizei anzurufen Polizei anrufen Um die Polizei anzurufen Ich hab Portugiesen gesehen Portugiesen gesehen Ähm Was Jeder mit in den Urlaub mitnimmt Pausenbrote für die Fahrt Panzerkette Panzerkette Ja Man weiß nie Okay Was etwas ganz doll weht Du den Penis in die Tür einklemmen Paul treten Paul treten Das ist viel mit Paul Okay Ort wo Sex nicht so gut ist Propeller Eines Helikopters Klee Zeichenende vor der Tür Unnötige Superkraft Penisprobellern Propeller Wird sein Was man gerade gemacht hat Äh Anderes Wort für Kacken Proben erzeugen Für die Stuhlprobe Äh Blossibles Okay Das letzte Hätte ich uns sparen können Ja Aber das ist jetzt Die letzte Frage Boah Das kann ja keiner wissen Was meine Mutter Mit C Oh das ist scheiße Mit C Mit C Hörst du das eigentlich Wie ich tippe Ja Verdammt Okay Das hört man nicht Schreibt man das mit C oder mit K Was Komm in deinen Chat Ich glaube das schreibt man Ich hoffe ich habe das jetzt richtig geschrieben Ich hoffe ich habe das jetzt richtig Geschrie Geschrie Äh Ge Geschrieben Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja ich verkackte voll Ich dachte die Rechtschreibung ist egal Ja aber Ja aber ich wusste jetzt nicht Ob es mit C geschrieben wird Oder mit K geschrieben wird Ah Das ist ja wichtig Ja eben Äh 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 Fah Also mit C ist es echt böse Boah Kacka Ne mit C Kacka machen Ne das ist scheiße Boah 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 Alter, alter, alter. Oh Gott, wie schreibe ich denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal was. Down. Was? Down. Down? Down, D-O-W-N. Wir daumen runter. Was? Das Down-Syndrom oder was willst du? Ah, jetzt was. Wenn ich jetzt Zigaretten noch mit C schreibe, zählt das auch. Nein. Früher hat man Zigaretten mit C geschrieben. Zigaretts. Alter, ich weiß es nicht. Mir fällt nichts ein, Mann. Mit C ist es so schwer. Mit C ist es so unglaublich schwer. Anderes Wort für Kacken mit C. Was fehlt denn dir noch? Was mir? Ja. Mordwaffe, Weihnachtsgeschenk. Mordwaffe habe ich schon. Mir fehlt noch Weihnachtsgeschenk, Urlaub, was weh tut und Kacken. Ich glaube, ich schreibe gar nicht so. Nur als kleinen Tipp, ich verwende auch englische Wörter. Ach so. Ey, ich habe jetzt nur deutsche Wörter gemacht. Dann warte ich noch ein wenig. Bis dahin, du kannst auch englische Wörter auch verwenden. Das habe ich ja fucked down. Weil C vergisst, mir fällt da nichts ein. Mir fällt auch nichts mehr ein. Nicht mal englisch überhört, mir hört man jetzt. Doch, schau. Ja, okay, was hier. C, also englisch kann man schon mit verwenden, nimm mal. Da könnte ich aber... Weil englisch ist ja trotzdem mit in unserer Sprache gebraucht. Was jeder mit in den Urlaub nimmt, car. Was alles, was weh tut, car. Könnte ich auch machen. Car drives over you. Car, car, car. Drives, 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 over you. So. Ja, da könnte ich jetzt überall car reinschreiben. Weihnachtsgeschenk, Auto passt auch. Nein, natürlich nicht. Was sagt mein Computer? Wie schreibe ich das? So, okay. Oh. Ah. Ich bin auf das Logischste nicht gekommen. Ich glaube, Scan hat es nicht ganz verstanden. Mit was? Ich habe ihn nach Adresse gefragt. Hallo! Ich habe dann doch... Oh, warte mal. Ist jetzt wie rausgeflascht. Ich habe ihn nach Adresse und Name gefragt. Er schreibt Danny. Danny weh er. Ja, Danny weh er. Warte mal, ich muss es mal kurz machen. Ne, ich schaue nochmal durch. Mir fehlt nichts mehr ein. Ernsthaft? Er ist im Chat. Aber warum kann ich dich nicht auswählen? Kann ich? Oder bist du noch mit dem beschäftigt? Ernsthaft? Der Name, der Nachname? Okay, warte mal. Ja, ich bin doch gerade noch beschäftigt. Ach ja. Okay. Die Adresse habe ich schon. Weil ich muss doch das Headset irgendwo hinschicken. So. Scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Ja, das war jetzt das Scheiße von dir. Das war gespoiler. Spoiler! Spoiler! Alter, mir fällt nichts mit Kacken ein. Ach komm, hör auf. Ja, komm, hör auf. Meine Mutter sagte früher immer. Carla, hör auf, meinen Sohn zu reiten. Schande. Schimmer, leg dich nicht auf. Weil das auch deine Mutter gesagt hat. Todesursache, Chlamydien. Die hat zwar echt dann irgendwann mal gesagt. Chlamydien. Klaus still Wunsch verweigern. Klaus schreibt aber mit K. Nicht immer. Okay. Stinkende Sachen. Carlos Loch. Oh. Korallfarben, das stinkende ist doch. Ernsthaft? Was du dich mal beschwert hast. Stinkende Sachen, stinken. Weil ich so viele habe. Okay. Dinge, die man jeden Tag macht. Chillen. Call my Handy. Stimmt aber, ich suche das oft, aber ich suche das oft. Mordwaffe, Kassballtheater. Kühlbox explodieren. Kühlbox. Ich will mitmachen. Alle wollen mitmachen. Nein. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Chlamydientest. Negativ. Korallfarbene High Heels. Ach komm schon. Aber Koralle schreibt man mit K. Nein. Doch. In Englisch nicht. Ja, dann darfst du aber nicht Korallfarbene schreiben. Ja. Sondern es ist Coral Colored. Also ob ich da draufkomme, so schlecht bin ich in Englisch. Okay, ich lasse es mal gelten. Ich wusste, ich weiß nicht, wie man Englisch spricht. Ich lasse es mal gelten. Dafür musst du dann später unter dem Schreibtisch. Hä, was? Was? Ich hab nur Scam gegrüßt. Okay. Cannabis im Keller gefunden. Korn, maybe. Ähm. Was man im Urlaub mitnimmt. Car. Color für mein Haar. Was weh tut. Chlamydien. Alter. Was denn? Klaus alles verweigern tut auch weh. Klaus alles verweigern. Sex. Wo Ort nicht gut ist. Clownschule. Ey, Ort, wo Sex nicht gut ist. Also Sex, wo Ort nicht gut ist. Ähm. Clownschule. Kennst du den? Nein. Ist Colnaria den Shop? Ich weiß nicht, warum Slow Mode in ihrem Chat drin ist. Ich mach den mal raus. Ich hab den rausgemacht in Slow Mode bei dir. Wann? Gerade eben. Weil ich jetzt das Mod auch kann. So, äh. Unnötiges Supergraf. Clowns auslachen. Äh. Ja, das sah cool aus. Anderes Wort für Kacken. Cooldown. Cooldown. Okay, Ergebnisse bestätigen. Alter, ich schwitze. Nächste Runde. Alter, ich schwitze auch. Ah. Die soll ihr Mikro leise machen. Meine Ohren. Echt? Bei mir? Okay, du sollst dein Mikro wenig leiser machen. Warte mal. Mache ich gleich. Komm, ich komme mal zu dir rüber. Ja, bitte. Weil komischerweise, klar, war es bei mir in Ordnung. Ich hab's ja ausprobiert. Vor allem, ich weiß nicht, wie man das einstellt. Hallo. Mach mal. Ö. Au. Ich schrei nicht so. Ja, wenn du mir dein Ding da anbietest. Wenn dein Ding doxt. Wenn mein Ding da kommt, ja. So, wir haben auch mal einen Pegel auf, äh. 70. Was? 70 runter. 30% leiser. Du kannst ja Bescheid geben. Ja. Wie hast du es jetzt? Achso, über den Sound. Okay. Äh. Da bin ich wieder. So. Können wir? Ja. Okay. Los. Ähm. Dicke, die man jeden Tag macht. Sorry, Scrum. Ähm. Ähm. Ja, M geht mir genauso. Mir fällt nichts ein. Dinge, die man jeden Tag macht. Dinge, die man jeden Tag macht. Ja, mit H, nicht mit M. M hat man schon. Masturbieren hat man schon. Masturbieren. Oh. Ah, siehste. Haben wir schon. Und die Schampe ist echt so. Oh Gott, perfekte Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, wir werden nie das gleiche haben. Yes, das wäre nie gut. Ich weiß auch nicht. Ich denke auch nicht, dass wir das gleiche haben werden. Ich denke, wir werden nicht. Ich denke, wir wollen. Das wäre nicht so. Ich denke. the best ist. Ich denke, wir können. unnötige superkraft und superkraft meine mutter sagte früher immer hunde die bellen beißen nicht todesursache hunde zerfleischten ihn oh ja stinkende sache huberts und gewaschene unterwäsche hunde nach wälzen dinge die jeden macht hose ausziehen ich sag nie hallo mordwaffe 100 schuss ich habe den slow mode aber raus gemacht eigentlich aber egal das perfekte weihnachtsgeschenk haare machen lassen als gutschein für sie 100.000 euro keine ahnung ich habe einfach null gedrückt hunderttausend rote rosen okay ja die kannst du gar nicht tragen so wurscht gründe um die polizei anzurufen hunde die bellen hallo mein name ist jeff was ihr denn urlaub mit der handtasche sag ich doch hoffentlich wird es nie so kommen es ist gekommen etwas was ganz doll weh tut hundertmal masturbiert in einer stunde kannst du fest drücken von frauen die die ringe dran haben äh orte wo sex nicht gut ist hallenbad kinderbereich hamburg und gerundspitze da fällt mir aber runter unnötige superkraft hilfe rufen halsschütte überall hinstellen können anderes wort für kacken humpen abwerfen und ich wollte schreiben hinter von heute mittag entsorgen okay lassen wir mal aber naja ist ja auch braun so ey die runde geht für schon fast eine stunde gell boah meine mutter sagte früher immer mit t das nehme ich mal auf dich auf wenn die die Trinken in einer Pfütze? Ist doch auch nicht mit Tee! Oh, Gott! Ist das mein Tablet? Ja, mein Tablet schreit nach Akku. Ich wundere mich schon, was hier gemacht hat. Dein Tablet oder meins? Meins. Oh Gott, 10 Runden sind schon viel. 10 Runden sind wirklich viel, ja. Aber das machen wir einmal 10 Runden. Ja. 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 O Tönerteller, Tönerteller. Ne ähm. Würdest du dich freuen. Übern Tönerteller wirst du dich freuen. Töner Töner. Ich weiß es nicht. Ich könnte dir jetzt da was sagen. Ich weiß es nicht. Okay. Schauen wir mal, ob ich nichts vergessen habe. Also ich hätte auch alles. Gut. Das darfst du vorlesen, meins. Boah, nein. Nö. Okay. Meine Mutter sagte immer, Natty-like. Tochter, sei nicht so blond. Nein. Doch. Meine Mutter sagte wirklich, du hast schlecht, mit der kann man rausgehen. Okay, Todesache. Tod durch Erschlagen eines Klaviers. Du darfst mich nicht schlafen lassen. Du darfst mich nicht schlafen lassen. Stinkende Sachen. Toiletten. Du darfst sie im Deichlagen. Dinge, die man jeden macht. Töne mit dem Hintern erzeugen. Zippen auf die Tasse 12. Mordwaffe, Tafelsilber. Der Burger-Hochskill. Ja. Okay. Der perfekte Weihnachtsturm. Twitch-Livestream. Mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Ach so, Tasse von Mini. Geschenk. Ach du Scheiße. Gründe, um die Polizei anzurufen. Tut endlich Amun wurde gestohlen. Thomas steht nicht mehr auf. Also steht nicht mehr. Wollte hier aufrufen und zuschreiben, aber... Was jeder im Urlaub mitnimmt. T-Shirts. Eine Taschenlampe. Warum eine Taschenlampe? Dafür habe ich ein Handy. Okay. Gab es das nicht so. Tritt zwischen die Beine. Da welche Katzen nach dir werfen. Ort, wo 6 nicht so gut ist. Taufe des Neffen. Teichgrund. Unnötige Superkraft. Teelöffel anzünden. Ich habe sich überall finden können. Andere ist Wort für Kackentüre machen. Tunneln lernen in der Schüssel. Okay, weiter. Oh Gott, du bist so falsch beeil, ne? Boah, ich weiß nicht, wie viele Runden wir jetzt schon haben. 9 von 10. Also noch 2 Runden. Okay, oh Gott. Lassen wir es lieber? Nein, ich will noch 2 Runden noch. Oh Gott. Man fällt einfach nichts ein, ne? Geht mir ähnlich. Ja, ja. Ich weiß bestimmt alles wieder voll und damit bin ich da und hab nichts. Oh, mein Greenscreen spinnt ein bisschen. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Alter, es ist schwer. Und du hast es zusammengeschrieben? Ich denke schon. Keine Ahnung. Ah. Keine Ahnung. Alter Tablet, was hast du? Mein Tablet hat gerade eben gesagt noch 15%, jetzt ist es ausgegangen, gell? Ich glaube, mein Tablet spackt auch zurzeit ziemlich rum. Oh. Alter. Oh Gott. Okay. Hast du schon alles? Ja. Echt jetzt? Ja. Fuck. Ah, ich bin zu nett. Ich lass sie rein. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Okay. Meine Mutter sagte immer früher, geh raus und sitz nicht immer vorm PC. Ja. Sagt sie auch mal, geh vor die Tür. Todessursache. Gamer Girl hat verloren. Haha. Ganz Gangster mit Waffeln. Ähm. Stinkende Sachen. Geschändete Gräber mit Mumien. Haha. Ganz kümmer Maske. Verstehst du diese Gesichtsmasken da? Okay. Äh. Dinge, die man jeden Tag macht. Grunzen. Vor allem, wenn meine Freundin etwas zu viel lacht. Ah. Mann. Gehen. Ja. Mordwaffe. Gabelstapler. Eine ganze Waffe. Haha. Ernsthaft? Eine ganze Waffe? Ja. So mit Dingen und so und. Eine ganze Waffe? Ja. Eine ganze Waffe ist Mordwaffe? Ja. Nö. Das lass ich dir nicht gelten. Oh. Eine ganze Waffe? Nee. Dann halt nicht. Also eine ganze Waffe. Komm schon. Perfektes Weihnachtsgeschenk. Gold. Goldbarren ernsthaft. Ja. So. Gründe um die Polizei zu callen. Georg hat den Nachbarn erschlagen. Grüß Gott, ich bin angekommen. Haha. Geld, Geld. Ja. Was. Etwas, was weh tut. Da hab ich ganz schnell Gendefekt reingeschrieben. Goldzang ausschlagen. Goldzang ausschlagen. Äh. Ort, wo Sex nicht so gut ist. Grabstätte. Gamescom. Wobei bei Gamescom würden die meisten Naht aus dem Bluten kriegen, weil die meisten, äh, oder die meisten was machen. Die da, weil die zu jung sind. Ähm. Oh, warte mal. Unnötige Superkraft. Grunzen mit den Schweinen leben. Ja, noch da. Ich muss grad mal schnell was machen. Gehen ist doch keine Superkraft. Warte mal. Wow. Ich muss mich jetzt noch mal leiser machen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Warte mal. Einschalten. Wow. Wird schon funktionieren. Okay, was? Okay, äh, ansonsten kannst du dich ja auch nochmal über Ding leiser machen. Über Ob wir erst auch das Mikro etwas runterschrauben. Ähm. Gehen ist doch keine Superkraft. Vor allem die ist nicht unnötig, weil die braucht man ja. Wieso? Jaja. Weil die Superkraft sehe ich jetzt irgendwas machen, was kein anderer kann. Und gehen kann jeder. Ja. Deswegen ist es ja keine Superkraft. Und unnötig ist es ja nicht, weil man muss ja gehen können. Das ist eine unnötige, weil es ja keiner braucht als Superkraft. Ja, okay. Okay, ich lasse es dir mal mit Auge zugedrückt durch. Anderes Wort für Kacken. Gerümpel loswerden. Gange auf die Toilette. Okay. Letzte Runde. S. Ich bin verdammts um Hunger. Boah. Ach, jetzt kriegst du Hunger. Ich würd vorhin was machen. Und das ist angebrannt. Weil wir das mit dem Stream noch ganz schnell einmachen mussten, so nebenbei, auf die Schnelle. Ähm. Ähm. Oh. Okay, das eine, das passt überall. Dinge, die man jeden Tag macht. Sex. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Sex. Das ist doch kein Weihnachtsgeschenk. Besonderer Sex. Keine Ahnung. Mann. Okay. Oh, God. 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 Boah. Ich will noch etwas, was weh tut, doll finde ich. Da hänge ich gerade übelst. Hör auf! Mann, nein! Doch! Meine Mutter sagte früher. Sag mal, wieso kann man Online-Games nicht pausieren? Sauf nicht so viel. Todesursache. Sex mit einem Tiger. Ich bin da vorne als Anfänger. Also Auto. Ja, ja. Stinkende Sachen. Socken, die man ja nur jährlich wechselt. Socken vorm Sport. Dinge, die man jeden Tag macht. Sex. Summen. Mordwaffe. Schusswaffe. Wert. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Sex mit einer anderen Frau geschenkt bekommen. Schuhe mit Glitzersteinen. Gründe, die Polizei anzurufen. Sorry, verwehlt. Sagen Sie, hören Sie mich. Was man in Urlaub nimmt. Seine sieben Kinder. Ah, Moment. Schuhe. Was ganz doll weh tut. Starke Verstopfung. Ja, hab ich leider nichts. Sex. Ort, wo Sex ganz nicht so gut ist. Streifenhörnchenkäfig. Superboy-Bühne. Gab's sogar schon. Äh, unnötige Superkraft. Ja, unnötige Superkraft. Selbst am Ellenbogen lecken können. Schilder drehen können. Äh, anderes Wort für Kacken. Scheißen. Nicht so shit. Okay, Ergebnisse bestätigen. Letzte Runde. Oder, sind wir schon fertig? Wir sind fertig. Jetzt kommen die Ergebnisse. Oh Gott, voll verkackt. Wuhu. Ich hab 20 Punkte mehr als du. Komm schon. Ja, wenn ich jetzt bestimmt da kackt. Zweimal mehr, dann, ne. Okay, und jetzt? So. Jetzt mach ich Pause, weil ich bin durchgeschwitzt. Ja, ich muss dir bald auch noch was anderes anziehen. Und ich guck mal kurz bei dir. Ja. Ich will auch. Wer? Ey, du lässt dich ja vom Chat spoilern. Super Bowl.